Sie haben ihn lebendig begraben. Den Teufel! Sie haben ihn in die Erde getan, so tief es ging. Sie dachten, er würde so für immer gebannt sein. Sie dachten, sie könnten ihn so vergessen. Aber die dunklen Mächte sind wiedergekommen. Was tun sie immer? Der Teufel hat gewonnen. Hast du das gehört? Sie sind einer der Verkünder Gottes. Gott! Hilf Gott! Gott!